Endlich geht es wieder los. Am Samstag starten wir die neue Saison beim FC St. Pauli und damit herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz der neuen Saison, zu der ich nicht nur, wie wir es aus der letzten Saison schon gewohnt waren, die Journalisten, die zugeschaltet sind, begrüßen darf, sondern auch in vertraute Gesichter blicken darf und begrüße natürlich auch noch unseren Cheftrainer Robert Claus. Robert, neue Saison. Aber ich würde vorschlagen, wir bleiben beim alten Ritual und beginnen mit dem Personal-Update. Ja, Servus zusammen. Schön, euch alle wieder zu sehen. Wir haben uns ja fast alles auch schon gesehen am Rande der Testspiele und der Trainings, aber jetzt hier in einem offiziellen Rahmen vom ersten Spiel wieder die Spieltagspressekonferenz. Personal-Update sieht folgendermaßen aus. Der Lukas Schleimer fällt aus, wurde gestern operiert, ist gut verlaufen und startet heute seine Reha. Dazu kommt Pascal Köpke, der im individuellen Aufbauprogramm ist. Dann hatten wir unter der Woche Spieler, die reduziert trainiert haben aufgrund von einem Infekt. Florian Hübner, Mats Möller-Dehli und Felix Lohkämper, alle sind aber wieder im normalen Teamtraining und stehen zur Verfügung. Und ansonsten gab es nichts Auffälliges. Perfekt, Robert. Danke dir. Dann kommen wir wie üblich zu euren Fragen. Und ich würde vorschlagen, wer den Weg hier heute auf sich genommen hat, zu uns in den PK-Raum, kriegt den Vorrang. Marco Werzinger von der BILD, bitte. Hallo Herr Klaus, hallo in die Runde. Mats Möller-Dehli ist ja erst später eingestiegen in der Vorbereitung. Jetzt der Infekt. Wie viele Minuten hat er denn im Tank aktuell? Ja, das werden wir sehen. Gegen Arsenal waren es 60. Das war auch vorher mit ihm so abgesprochen. Da hat man ihm schon angemerkt, dass er auch gesagt hat, dass er müde war. Jetzt ist er eine Woche weiter, hat nicht komplett trainiert. Aber ja, wer Mats kennt, der weiß, dass er auch sich in so ein Spiel reinarbeiten kann, dass er viel laufen kann, dass er da auch immer noch Energie hat. Und dann schauen wir einfach mal, wie lange die Füße ihn tragen. Das ist schwer abzuschätzen. Gleich auch nochmal zu den Rückkehrern. Das bedeutet, Felix Lohkämper könnte tatsächlich auch sein Kader-Comeback geben am Samstag. Haben wir noch nicht entschieden. Den Kader werden wir morgen abschließend bekannt geben und auch nochmal genau gucken, wer ist wie drauf, was brauchen wir für Spielertypen, wie besetzen wir den Kader. Macht es auch Sinn, ob Spieler dann mitfahren oder lieber hier trainieren. Bei Felix ist das so eine Entscheidung. Was ist gut für ihn jetzt? Ist es das Gefühl, bei der Mannschaft zu sein? Oder ist es die zusätzliche Trainingsintensität und Belastung, die er braucht? Und da werden wir dann die Entscheidung treffen. Und das Mikrofon hat jetzt Uli Dickmeier von den Nürnberger Nachrichten. Hallo. Herr Klaus, Ihre Mannschaft ist nach den Testspielen ein bisschen schwer einzuschätzen. Sie sehen etwas mehr als die Testspiele. Wie ist denn Ihr persönliches Gefühl? Sind Sie auch ein bisschen neugierig, wie sich Ihre Mannschaft dann mehr ernsthaft präsentiert? Oder haben Sie einfach ein gutes Gefühl? Ja, ich bin neugierig, bin auch gespannt und auch voller Vorfreude. Es ist immer so, dass man nicht genau weiß, wo man steht. Manchmal sogar auch nach den ersten beiden Spieltagen immer noch nicht. Man braucht immer so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen für die Saison. Es gab auch schon die Saisons, da ist man mit zwei Siegen gestartet und danach lief wenig oder mit zwei schwierigen Spielen. Und danach lief viel zusammen. Deswegen muss man da immer ein bisschen schauen. Wir hatten gute Trainingstage, muss man sich echt sagen. Die Qualität im Training war gut. Im Trainingstage, aber auch jetzt danach, in den zwei Wochen, hatten wir wirklich gute Trainingseinheiten. Die Testspiele waren nicht so gut. Klar, die erste Halbzeit gegen Arsenal war gut, aber gerade das Spiel gegen Wattens war nicht gut. Das haben wir auch klar angesprochen. Schweinfurt war die erste Halbzeit okay, die zweite nicht gut. Das haben wir auch angesprochen. Deswegen wissen wir noch nicht so richtig, wo wir stehen. Das Gute ist, dass wir nicht ganz so viel geändert haben. Wir haben ein stabiles Konkurse aus der letzten Saison. Wir wissen, was wir können. Wir wissen aber auch, was wir noch verbessern müssen, woran wir arbeiten müssen. Wir wissen, wie wir erfolgreich sein können. Das hat uns die letzte Saison gezeigt, welche Spiele haben wir gewonnen und in welchen Spielen hatten wir Probleme. Das haben auch den Jungs jetzt schon mit auf den Weg gegeben. Was wollen wir tun und was ist der Schlüssel zum Erfolg und ob wir es dann am Wochenende umsetzen, werden wir sehen. Das steht auch immer noch im Gegner auf dem Platz, der sicherlich auch eigene Ideen hat und Vorstellungen, wie er das Spiel bestreitet. Und dann werden wir das sehen. Uli, willst du direkt noch einen hinterher schießen? Wenn es niemand will? Okay. Letzte Dienstreise ans Millern-Tor ist noch nicht so lange her. Die haben auch einen ziemlichen Umbruch hinter sich mit Burgsteller, Chiare, zwei wichtige Offensivkräfte verloren. Ist es ganz gut, in der Phase der Saison zu kriegen? Also relativ früh, wo sie sich vielleicht noch nicht so gefunden haben? Oder ist das ja auch hypothetisch? Ist hypothetisch. Man kann das in alle Richtungen sehen. Genau wissen werden wir es nach dem Spiel, ob es gut war oder nicht. Ich glaube trotzdem, dass St. Pauli auch trotz der Abgänge im vorderen Bereich eine sehr gute Mannschaft haben wird. Sie sind sehr heimstark. Sie werden alles daran setzen, auch das Heimspiel zu Hause dann im ersten Saisonspiel zu gewinnen vor ihren Fans. Das Grundgerüst, die Achse ist geblieben. In Verteidigung 6er, 8er Position ist geblieben. Pacarada ist geblieben. Also da haben sie sehr richtig viel Qualität auf dem Platz. Und ich finde auch, dass sie vorne gute Transfers getätigt haben, die natürlich anders sind als die Spieler, die sie verloren haben. Aber auch für die 2. Liga viel Qualität mitbringen. Und deswegen freue ich mich da drauf. Es war ein letztes Jahr. Das Spiel dort stand unter einem etwas anderen Vorzeichen. Beide Mannschaften mussten gewinnen, um noch im Auffliegsring zu bleiben. Beide Mannschaften haben es nicht geschafft durch das 1-1. Die Enttäuschung war groß. Auf beiden Seiten nach dem Spiel jetzt eine völlig andere Voraussetzung. Die Mannschaften starten rein. Ich hoffe auf ein gutes, intensives Spiel. Das bin ich gewohnt von beiden Mannschaften und uns, aber auch vom Gegner, dass sie nach vorn spielen. Und wir wollen dagegen halten. Und wir wollen ihnen natürlich auch wehtun. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu unseren zugeschalteten Journalisten und Journalistinnen und fangen an mit Svenja Kammerer von der Bild-Zeitung. Ja, hallo. Herr Klaus, Sie haben ja gesagt, beziehungsweise ja, Sie haben ja schon mal nach dem Spiel gegen Schweinfurt geäußert, dass Sie Niklas Jahn sehr überrascht hat. Wäre er ganz unverbindlich gefragt, weil Sie ja immer nichts zum Spieltagskader sagen wollen, aber wäre er theoretisch auch eine Option für Sie? Oder entscheiden Sie auch sowas dann erst morgen und geben das dann erst am Spieltag selber bekannt? Ja, also der Niki hat jetzt eine gute Zeit gehabt bei uns und hat das wirklich gut gemacht. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Der Junge ist 17, dass wir auch nicht zu viele Erwartungen an ihn haben und ihn zu schnell zu hoch jubeln. Das ist schon bei anderen schiefgegangen. Er hat immer noch Themen, an denen er arbeiten muss, wo er besser werden muss. Aber er hat jetzt einen guten Schritt gemacht und hat sich das dann auch verdient, 90 Minuten gegen Schweinfurt zu spielen. Bei den jungen Spielern ist es immer eine Abwägung. Auf der einen Seite schaffen sie es in den Kader, wenn sie qualitativ gut genug sind. Wollen wir sie auch belohnen für bestimmte Leistungen und wie sie vorankommen. Aber auf der anderen Seite muss man auch immer wieder schauen, dass sie Spielzeit bekommen, weil die Chance auf Einsatzzeit jetzt auf St. Pauli ist eher gering für die jungen Spieler. Und deswegen müssen wir gucken, wer spielt am Wochenende U21. Die haben auch Auftakt gegen Hauptstadt. Es wird so sein, dass definitiv Louis Bräunig, Nene Brown und Leo Wonic plus Jan Reichert im Tor bei der U21 spielen am Samstag. Das haben wir schon festgelegt. Das haben wir auch schon kommuniziert, auch mit den Jungs schon gesprochen. Ihnen da auch Aufgaben mitgegeben. Und dann werden wir morgen nach dem Abschlusstraining entscheiden, wer mit nach Hamburg kommt und die anderen dann entweder hier trainieren oder gegebenenfalls auch U23 trainieren. Und da ist es beim Niki. Dann genau die Abwägung auch, schafft das im Kader? Hat er es verdient? Und wenn ja, tut es ihm gut oder tut es ihm gut, gegen Hauptstadt zu spielen? Und das werden wir dann morgen nach dem Training entscheiden. Die nächste Frage kommt von Florian Zenger. Ja, mit Blick auf St. Pauli, die jetzt in den Testspielen, ja auch, das sah es ein bisschen ähnlich aus wie beim Klub. Also die Ergebnisse und auch bei den Leistungen war so mehr oder weniger durchwachsen. Wie viel nimmt man denn aus den Testspielen jetzt, sagen wir mal, für die Art und Weise, wie die spielen mit? Oder sagst du, ja, der Schulle lässt eh immer gleich spielen. Ich weiß schon, was er macht. Beides. Natürlich gucken wir genau auch hin und schauen, dass wir so viele Eindrücke wie möglich bekommen. Aber wir kennen ja auch St. Pauli aus den Duellen. Und wir wissen auch, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht allzu verrückte Dinge erwarten können, weil sie schon sich ihrer Linie treu bleiben. Unabhängig jetzt von der Grundordnung und vom Personal geht es ja auch um die Art von Fußball und die Spielidee, die sie haben. Und ich denke nicht, dass sie davon großartig abweichen werden. Natürlich hatten sie auch ihre Testspiele mit schwankenden Ergebnissen, sicherlich auch mit schwankenden Leistungen. Ich habe nicht alles gesehen. Aber das ist auch, glaube ich, normal für eine Mannschaft, die ein paar Neuzugänge hat, ein paar Abgänge hat, die integrieren muss, zueinander finden muss. Aber auch die Jungs wissen ganz genau, entscheidend ist Samstag 13 Uhr jetzt wieder, oder? Richtig, ja. Entscheidend ist Samstag. Man muss ja jedes Jahr neu einstellen, wann man spielt. Entscheidend ist Samstag 13 Uhr, wenn der Schiri anpfeift. Das ist entscheidend. Und da werden immer noch Prozentpunkte freigekratzt. Genauso auch auf unserer Seite. Und ja, wir erwarten sie, wie in der letzten Saison ähnlich, dass sie schon versuchen, einen Ballbesitz zu haben, dass sie versuchen, nach vorn zu spielen, dass sie auch gegen den Ball aktiv und mutig nach vorn verteidigen, dass sie hoch attackieren. Das ist ein Heimspiel. Dann machen sie das häufig. Dass sie versuchen, den Gegner zu stressen, und auch im Gegenpressing immer wieder Druck zu erzeugen, dass der Gegner sich nicht befreien kann. Und dagegen werden wir Lösungen finden müssen. Wir haben den Jungs auch schon ein paar Sachen angeboten. Und dann geht es darum, das auf dem Platz umzusetzen. Dann geht es jetzt wieder weiter mit Uli Diekmeier. Der Kicker hat ihre Mannschaft zum Mitaufstiegsfavoriten ernannt. Ist das eine Rolle, die Sie gerne annehmen? Oder widerspricht das so ein bisschen der internen Sprachregelung? Also Saisonziel geht immer noch bekannt. Ich glaube, es dauert auch gar nicht mehr so lange, weil es ist ja auch schon der erste Spieltag relativ nah ran. Ich habe den Artikel gerade eben auch noch gelesen durch Zufall. Da stehen nicht so viele wahre Dinge drin in dem Artikel, weil da werden wir genannt, als dass unsere Stärke der Konter ist. Aber letztes Jahr haben wir ein Kontertor geschossen. Und dass wir Probleme in der Chancenverwertung haben, auch das stimmt nicht. Wir haben wenig Torschancen gehabt, haben aus dem Weniger mal relativ viele Tore gemacht. Also beide Sachen, die da drin stehen, sind jetzt nicht ganz so korrekt inhaltlich. Deswegen fällt mir auch schwer, dann dem Glauben zu schenken, was dann die große Überschrift sein soll, dass wir also mit Aufstiegsfavorit sind. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, dass wir uns alle einig sind in der Liga, dass es eine brutal enge und gute Liga ist, dass der HSV sicherlich ein paar Möglichkeiten mehr hat und der Favorit ist auf den Aufstieg und dass dahinter ein breites Feld von Mannschaften kommt, die alle ein ähnliches Niveau haben, was den Kader betrifft, ähnliche Ausgangslage haben. Einige haben Neuzugänge zugeholt, andere sind eingespielt. Aber die grundsätzliche Qualität im Kader ist sehr ähnlich bei den Mannschaften dahinter. Da sind wir sicherlich auch dabei, da zählen wir uns dazu. Und dann geht es ganz viel darum, wer kommt wie in die Saison rein, wer hat mit dem Spielplan Glück, wer bleibt von Verletzungen verschont, wer hat das Momentum auf seiner Seite, wer findet zu einer gewissen Stärke, wer kommt in den Lauf rein. Das sind alles diese Dinge, die dann entscheiden, ob du am Ende dann mit oben mitspielen kannst noch lange oder ob du weiter dahinter platziert bist. Das haben wir in der letzten Saison gesehen, dass dann eine Mannschaft wie Darmstadt dann in den Lauf reingekommen ist und dann oben dabei war. Bis zum Schluss andere Mannschaften wellenförmige Verläufe hatten, so wie wir. Und wir, glaube ich, trotzdem von der Kaderqualität sehr ähnlich waren wie Darmstadt und auch dieses Jahr wieder so sein werden als Beispiel. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich habe den Artikel gelesen, da ist natürlich ein bisschen Name-Dropping dabei gewesen. Das ist klar, der wird Hannover genannt und die haben investiert und das ist ein großer Name. Er ist natürlich verpflichtet, zurück in die Bundesliga und Nürnberg ist verpflichtet, zurück in die Bundesliga zu kommen. Na klar, weil es lässt sich natürlich viel einfacher schreiben, als jetzt zu schreiben, Heidenheim ist verpflichtet, in die Bundesliga zu kommen. Das ist natürlich immer auch so ein bisschen, da weiß ich ja auch, wie die Journalisten ticken und wie das ganze Spiel funktioniert. Aber wichtig ist, dass wir eine Erwartungshaltung an uns haben, die muss von innen heraus kommen, die darf uns nicht von außen aufgesetzt werden und aufgetragen werden, sondern wir von innen heraus müssen Erwartungen nach außen schüren, müssen die Leute begeistern und dann können die Leute auch gerne anfangen zu träumen, wie im letzten Jahr in der Rückrunde. Aber das haben wir bewirkt und das ist nicht dazu gekommen, weil von außen uns gesagt wurde, ihr müsst aufsteigen oder ihr sollt aufsteigen, sondern wir haben eine gute Rückrunde gespielt bis zu dem Zeitpunkt und dann haben die Leute angefangen zu träumen. Und das, glaube ich, ist der richtige Weg und da werden wir auch dieses Jahr wieder genauso rein starten. Eigentlich schon fast schade, dass keiner vom Kicker heute dabei ist in der Runde, aber dafür hat jetzt Marco wieder die nächste Frage. Jetzt hatte der Start doch eine gewisse Brisanz, die ersten Spieler, wenn man sieht, es geht gegen St. Pauli nach dieser ganzen Burgstaller-Saga, dann ist das Derby schon am zweiten Spieltag an. Ist man da froh als Trainer, dass es so losgeht, weil die Spieler dann sofort da sind oder hätte es auch eine Stufe drunter sein können? Auch da beziehe ich mich nochmal auf das, was ich gesagt habe. Ich glaube, es sind so viele Mannschaften auf einem gleichen Niveau, das spielt keine Rolle, ob du gegen St. Pauli, Fürth, Bielefeld, Darmstadt, Heidenheim, das ist alles ein ähnliches Niveau. Es hat unterschiedliche Facetten, ob du heim- oder auswärts und gegen wen du spielst und dann hast du das Derby gleich natürlich, aber das Spiel auf St. Pauli ist nicht einfacher, als wenn du jetzt zu Hause starten würdest gegen Karlsruhe. Das ist die gleiche Anforderung, das wir uns erwarten in dieser Liga, weil alle Spiele eng sind. Wir hatten ja letzte Saison kaum Spiele, die in die eine oder andere Richtung waren. Deswegen nehmen wir es so, wie es kommt. Ich habe es schon mal gesagt, letztes Jahr haben alle gesagt, boah, zu Hause gegen Aue, na super, die hauen wir weg und dann starten wir mit fliegenden Fahnen, sind wir nicht mehr aufzuhalten, marschieren durch die Liga und am Ende haben wir 0-0 gespielt und alle waren enttäuscht und wir haben gesagt, ja, war nicht so gut, aber wir können es realistisch einschätzen. Daran hat es gehapert und das können wir besser machen und das werden wir verändern. Und genauso werden wir es auch dieses Jahr wieder angehen. Und in der Bundesliga, also in der ersten Liga, ist es einfacher zu sagen, was sind leichtere Gegner, was sind schwerere Gegner. Ich tue mich extrem schwer, in der zweiten Liga da ein Ranking hinzulegen. Marco, Uli, habt ihr noch Fragen? Dann schaue ich noch einmal auf den Monitor und sehe auch da doch ein Handzeichen noch bei Florian Zenger. Ganz kurz noch zum Personal beim Gegner. Wie schwierig oder einfach oder einfach auch egal ist es, sich dann darauf vorzubereiten, wenn jetzt der Stammtorwart ausfällt, in der Innenverteidigung eigentlich nur noch einer fit ist bei St. Pauli. Macht es das für euch einfacher in der Vorbereitung? Oder sagst du, naja, die können ja trotzdem alle kicken. Ja, also sie haben ja mit Dennis Marsch eine gleichwertige Alternative im Tor. Deswegen ist es ja für uns jetzt egal, wer da spielt. Das gibt Nuancen in der Vorbereitung auf den Gegner, aber gerade beim Torhüter. Genauso in der Innenverteidigung auf den anderen Positionen. Wir haben eine grundsätzliche Idee davon, wie der Gegner spielen wird. Wir werden es auch der Mannschaft morgen nochmal zeigen, was wir erwarten, wer auf dem Platz steht in den einzelnen Positionen. Auch nochmal auf Spieler hinweisen, die vielleicht neu dazugekommen sind, die die Spieler noch nicht so gut kennen. Die Spieler, die schon länger bei Pauli spielen, die wir erwarten in der Startelf. Und wo die Jungs, die jetzt bei uns spielen, die ja auch die zweite Liga kennen, bis auf den Quad, wo haben die Jungs, die wir ja geholt haben, die zweite Liga auch letztes Jahr miterlebt. Deswegen glaube ich, wird es da jetzt nicht allzu große Probleme geben. Und es ist schon so, dass es immer das bisschen verkompliziert, wenn der Gegner häufig das Personal wechselt, wenn der Gegner viele Alternativen hat, gleichwertige Alternativen, dann fällt es mal schwer. Dann muss man immer ein bisschen mehr anbieten, weil dann gibt es auch Unterschiede, wer spielt, wie derjenige die Position interpretiert. Bei St. Pauli ist das Gute, dass sie einfach von ihrer grundsätzlichen Idee von Fußball ja leben. Und da es nicht so wichtig ist, wer auf dem Platz steht. Das haben sie auch in der letzten Saison gezeigt, dass sie genau gleich Fußball gespielt haben, egal ob jetzt Burgstall am Ende verletzt war oder auf dem Platz stand oder wer dann in der Innenverteidigung oder wer den Rechtsverteidiger gegeben hat, selbst wer den Sechser gegeben hat. Das waren nur Nuancen, aber die Spielidee ist gleich geblieben und darauf werden wir unsere Jungs dann vorbereiten. Ja, dann gibt es noch ein Handzeichen von Christian Fein vom Funkhaus Nürnberg. Hört Christian uns? Auch nicht. Dann vielleicht noch die letzte Möglichkeit, die Frage schriftlich einzureichen und vielleicht überbrücken Marco und Uli noch mit einer Frage. Habt ihr noch eine? Leider nicht. Schade. Also keine, die beantwortet werden. Gut. Ja, nach der Stadion wahrscheinlich nicht oder genau. Ja, genau. Reicht uns die Frage sonst gerne nach und dann beantworten wir sie auf privatem Weg. Perfekt. Dann bedanke ich mich für eure Fragen und wünsche uns alle einen erfolgreichen Saisonauftakt am Millern-Tor-Stadion, bei dem uns rund 1200 Clubfans vor Ort unterstützen werden. Und dann wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Saison. Dankeschön. Danke, macht's gut, ciao. Danke, macht's gut, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020